Ja, hallo Leute! Ihr hört schon geile Hintergrundmusik von Golden Sun und es geht weiter mit Minecraft LP, aber nicht alleine. Ja, ja, ein kleines Let's Change mit Windwalk LP und ich fang sofort an. Singleplayer! Create new worlds! Natürlich mit dem Pre-Release 1.8. Wenn 1.8 rauskommt, natürlich gleich weiter mit 1.8. Und worldname! Let's change! Game of Survivor! Create new world! Mal schauen, wo wir landen und wie die Welt so wird. Wahrscheinlich hier mitten in der Wüste, wo gar nichts rundherum ist. Was erwarte ich jetzt? Falls es rauscht im Hintergrund, das tut mir leid, das ist mein Laptop, kann ich nichts dafür. Ich muss mich ändern, Mikrofon zu feinen. Naja, kommt noch. Die Playlist wird sich auch noch verändern. Was ihr hier seht, ist übrigens ein Texture Pack. Um genau zu sein, Misas HD Texture Pack. Und gerade spackt hier alles ab. Wow! Leute, kurze Pause. Ja, wir sind wieder da. Ein paar Einstellungen geändert. So, und wir fangen direkt an. Ist scheinbar in den Vault gelandet. Hier im geilen Pre-Release. Was das für ein Texture Pack ist. Ja, Misas HD ist bereits kompatibel mit der 1.8 Meter. Natürlich nicht von Misa selbst, sondern dazu nur ein paar Grafiken hinzugefügt. Bilden. Tippe, leise für kurze Lags am Anfang. Das war einfach, weil ich die falsche Einsprünge hatte. Und das war in der 1.8 Meter auch ein bisschen fail. Tippe, wenn sie auf jeden Fall noch besser laufen wird. Während des LPs, wenn ich meine Einstellung gefunden habe. Da ist ein Schaf, das bringe ich gleich mit um. Schlapp, Schaf! War er noch nicht weg? Nein! Verdammt! Verdammt! Alter! Schaf! Chill! Buff! Buff! Ach man! Endlich! Für einen Block! So ein Aufwand! Egal, wir könnten das bald ein Bild bauen, wenn wir so weiter machen. Da hat zwar noch ein Schaf, das ignoriere ich jetzt aber. Und bauen wir wieder ein bisschen ab. Boing! 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 Schon vorbei! Okay, also wir sind wieder da. Das war jetzt eine kleine Rebrechung. Kein Kommentar. Ja, dann sollen wir nur eine kurze Hütte bauen in diesem Part. Und er wird sich auch wohl nicht ausgehen. Und jetzt haben wir noch sechs Minuten. Was nicht sehr viel ist. Dann würde ich meinen Part auch direkt beenden. Ach, ach, ach! Wie gesagt, das ist mit Weintwurkulpie. Und er wird dann den nächsten Part fortführen. Dann wieder an mich weitergeben. Und dann wird das Holz zu oben weit angehen. Weil ich hätte keinen Bock gehabt, allein Minecraft zu spielen. Wey! Okay, schauen wir mal. Wir gehen, ja. Verrägern einfach mal auf einem Weg. Hier ist ein bisschen cooler, dass wir uns jetzt nicht entgehen lassen. Das reicht schon. Noch eine Fresse. Dann. Hier mal hinsetzen. Eins, zwei, drei. Und mit diesen Wood-Planks. Nicht die Kohle mitnehmen. Dann können wir wenigstens schon Fackeln machen. Ist doch auch was. Oh, das ist sogar noch mehr. Oh. Interessant. Schauen auch mal. Das ist schon in höherer Qualität zu laden als sonst. Aber ich glaube nicht, dass es das wir. Das liegt jetzt schon mal einiges. Hm. Trotz der gute Quastchen. Eins, zwei. Moin. Wahrscheinlich kommt ihr gleich so ein Creeper von hinten, der plötzlich da ist, obwohl ich da alles angefangen habe. Und sagt dann, du, ich bin da. Und dann bist du tot. Und dann sterbe ich einfach so. Ohne Grund. Egal. Ihr wisst. Witz und... Wow, da bleibt da hinten schon interessant aus. Aber wirklich. Ich glaube, da oben verbringen wir die Nacht. Oh ja, das ist jetzt eigentlich mitten auf dem Berg. Dann noch zwei. Fakkeln. Und da oben buddeln wir uns dann zusammen. Hallo, Kuh. Wie geht's dir? Schon kannst du schwimmen, ne? Zwei Schafe! Hallo, Kuh. Kommt her, kommt her, kommt her. Kommt her. Ich brauchst zwei Schafe. Genau zwei, nur zwei. Ja, eins. Äh. Getz. 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 Wenn man nicht springen, ein Schaf trifft oder ein Tief. Fier trifft oder ein Zombie oder was auch immer, kommt ein kritischer Treffer. Ansonst ist er random. Was ich ziemlich komisch finde, ist nur, dass ein Sprung einen Kritik gehilt macht. Und Sprintschüsse schlagen jetzt viel. Schlägen, ja. Schlagen jetzt viel auf zurück. Also, cooking spinnen, Creeper, whatever. Ein bisschen Holz, wenn wir noch brauchen. Ein bisschen wieder mit. Und dann bauen wir es ein bisschen ein. Ist ja richtig episch hier. Und hier noch ein bisschen. Ja, noch mal nach oben. Wir können noch mal nach oben. Wir sind fast geworden. So. Wir haben ja eigentlich schon alles zu brauchen. Ich baue uns hier so eine ganz kleine Hütte. Da ein bisschen Erde benutzen. Und jetzt machen wir mal... Ja, ein 64. Kamer, ja. Das reicht. Das schon wird ein weniger. Ich hätte ein weniger. Ja, noch eins. Das war Fail. So. Hast du. Dann machen wir das schön nach oben. So. Das bauen wir noch ab. Vielleicht schön, wir sind sogar zufälligerweise Kohle. Was ganz zufällig wäre. Und zwar zufälligerweise. Und... Perfekt. Hier unsere Quelle 5 Millimeter, die total hilfreich ist. Nee. Das lassen wir so. Nein, du. Nix. Block. Egal, wenn wir eine schöne Geradezahl. Da ich da nicht hochkommen werde, würde ich da mal lieber so bauen. Wie hilfreich bin ich eigentlich? Ganz ehrlich. Schon wieder ein Block falsch gebaut. Dafür brauche ich die doch. Habe ich den gekriegt? Ja. Okay. Das ist schon mal besser gelaufen als vorhin. Ach komm. Mäno me. Mäno me. Ja. Ich bin der Mäno me. Dann hochzubauen. Und wir haben eine schicke kleine Behausung für die Nacht. Nachwunsch auch mit extra Fackeln. Dann könnte ich eigentlich schon aufhören. Mäno me. Nein. Nehmen wir uns da noch ein Bett hin. Ach, wir suchen jetzt zurück. Sehe ich gerade. Sieht sich ungünstig. Obwohl es so ziemlich episch ausgeschehen, wenn wir nur in der Mitte weggebaut hätten. Wollte ich es nicht, aber es schon gefixt wurde, dass man das Bett auch an der Wand stehen haben darf. Deswegen baue ich es lieber. Aber weg. Was? Gravel oder was? Ja, das ist eindeutig Gravel. Okay. Das schrecklich aus. Weg damit. Ja. Perfekt. Irgendwie. Warum ist jetzt mal ein Bett, bevor ich jetzt das ganze Holz aufbrochen? Bett. Die Craftingbox auch als Wanze? Keine Ahnung. Ich lasse sie jetzt mal da. Für alle Fälle. Und dann... werde ich ihn dann... Ich will den Boden irgendwie schöner machen. Nein, einfach so Minecraft tragen. Der Perfektionist, die Bär. Ich muss das Holz jetzt ein bisschen schöner machen. Nein! Das war so klar. Meine Fresse. Mir musste das wieder passieren. Hopp. 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 Was ist das jetzt so? Ah, nee. Ich muss den Boden auch schön gestalten. Wer will das denn nicht? Das ist ja auch noch weg. So. Hopp. Hopp. Ich finde das schön aus. Der ja genau den selben Textaback spielt wie ich. Wie das ganz ganz ja auch bei ihm schön aussehen. Den hier brauche ich ab. Das hier auch weg. Ja, ich baue das mit einer Spitzacab. Ich bin geil. Hopp. Hopp. Fair. Es wird dunkel. Ich werde ihn natürlich im Bett aussetzen. Ist so geil, Ben. Aber lass uns dabei. Ich lass ihm eine schöne Aussicht. Sehr, Leute. Bis zum Part bei ihm. Ich werde ihn verlinken in der Beschreibung, wenn er oben ist. Und wir sehen uns dann. Wuhu. Wuhu.